Das hatten sich wohl viele Experten BUSCHI hier ganz anders vorgestellt. Sie haben ja nicht nur diesen Treffer erzielt, sondern sich dazu ja auch noch eine ganze Reihe weiterer Chancen erstellt. Und von einem Spiel auf Augenhöhe, das wir ja erwartet haben, kann hier überhaupt keine Rede sein. Viele sind stark in dem Fluss.